Die DHV News vom 2. Dezember 2022 DHV Spendenaktion gestartet Lauterbach, Gesetzentwurf Ende März Herzlich Willkommen bei den DHV News Vorweg mal wieder kleiner Hinweis über den alternativen Drogen- und Suchtbericht Im Moment erscheinen andauernd irgendwelche Berichte, über die ich hier berichte Diesmal ist dieser alternative Drogen- und Suchtbericht, der von alternativen Wissenschaftlern eingeführt wurde Um dem offiziellen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung etwas entgegenzusetzen All die Jahre der Mordlas und Ludwigs als Drogenbeauftragte mit einer CDU-geführten Regierung Da war ein alternativer Drogenbericht dringend nötig Aber auch jetzt lässt ja der große Paradigmenwechsel doch ein bisschen auf sich warten Und insofern ist sicherlich immer noch sinnvoll, wenn alternative Fachleute da mal was auf den Tisch legen Einmal im Jahr und das haben sie wieder gemacht Jetzt der neunte Bericht mittlerweile Da ist auch ein Artikel von mir drin, der heißt Legalisierung muss kundenfreundlich sein Immer mit dem Gedanken, der beste Schutz der Konsumenten, auch der Jugend und so weiter Ist letztendlich, wenn der Schwarzmarkt verdrängt wird Und dafür müssen eben die Bedingungen letztendlich auch für Konsumenten attraktiv sein Damit sie eben in die legalen Shops reingehen Vom Preis, von der Qualität, von der Auswahl her und so weiter Das ist sozusagen der Tenor meines Beitrags zu diesem Bericht Wird nachher auch nochmal relevant, wenn ich dran denke, diese Frage Aber ich musste auch nochmal darauf hinweisen, dass das schon die zweite Geschichte ist, wo dieser Artikel erscheint Und zuerst ist er entschieden in der Zeitung, in der Wiener Zeitschrift Rausch Auch wieder mit vielen anderen Artikeln gemeinsam Über die deutsche Drogenpolitik und Cannabis-Legalisierung und so weiter Beides sicherlich lesenswerte Werke Wobei der alternative Drogen- und Suchtbericht frei verfügbar auch als PDF ist Man kann den auch gedruckt bestellen Während die Zeitschrift Rausch zum Bezahlen ist Also es ist was für Leseratten, die viele Fachartikel lesen wollen und so weiter Die Links in der Videobeschreibung, schaut mal rein So und wir haben unsere Spendenaktion wieder gestartet Wie jedes Jahr Diesmal ist es ein bisschen komplizierter Weil schwer vorhersehbar ist, was wir nächstes Jahr machen Und ob unsere Pläne wirklich aufgehen Wir würden gerne wieder den Weg weiter freimachen Durch den Bundesrat Dieses Jahr sind ja schon zwei Bundesländer von der CDU befreit worden Sozusagen haben wir auch ein bisschen was dazu beigetragen Mit unseren PR-Aktionen Mit eurer Hilfe aus der letzten Weihnachtsspendenaktion Nächstes Jahr wird es ein bisschen komplizierter Weil ja irgendwie andere und irgendwelche Lauterbach-Kapriolen Sozusagen uns da rein gerätschen können Dass wieder irgendwie was ganz anders läuft Als man sich eigentlich gedacht hat und so weiter Aber umso wichtiger ist, dass wir eben wirklich auch genug Kriegskasse haben Um auch spontan und massiv letztendlich auch mit PR-Macht sozusagen Und auch mit Reichweite, mit gekaufter Reichweite letztendlich Einfluss gewinnen können auf bestimmte Prozesse Ja, insofern Ich habe das alles nochmal genauer erklärt und auseinander gedröselt Einerseits in einem extra Video hier im Kanal Ja, guckt euch das an Ich werde es jetzt nicht alles wiederholen Und auch in einem Beitrag textlich auf der DRV-Seite Wo ihr auch sehen könnt, welche Preise man wieder gewinnen kann Als neues Fördermitglied des Handverbands Und alle Spender ab 10 Euro Zählen tun wir alle Spender in unserem Spendenbarometer Immer jeden Tag mit den Eingängen des Vortags Und ich kann euch schon verkünden, wie es am ersten Tag gelaufen ist Also gestern am 1. Dezember sind insgesamt 4.388 Euro schon eingegangen Das haben mich schon 232 Leute beteiligt Großartige Zahl schon mal Ja, aber wir haben auch ein riesiges Spendenziel vor Augen Letztes Jahr habt ihr insgesamt 180.000 Euro fast gespendet Ja, gewaltige Summe Und traditionell ist immer dieses Vorjahresergebnis unser Ziel Und ja, jetzt werden wir mal sehen, ob die Leute nachlassen Und denken, es ist ja schon legalisiert Denkt die eine Hälfte, brauchen wir nichts mehr machen Die andere Hälfte denkt, wird sowieso nicht kommen Ja, brauchen wir auch nichts machen Und auf die, die dazwischen sind, kommt das an Ja, wenn ihr noch Hoffnung habt Ja, aber auch denkt, okay, das ist schon eine haarige Sache Mit der Legalisierung Dann ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt einzusteigen Und nochmal auch finanziell was in den Topf zu werfen Und die ganze Sache, die Legalisierung Über die letzte Zielmarke drüber zu schieben Okay, bin gespannt, wie es weitergeht Und schaut euch auch da gerne den Videoaufruf nochmal an Lauterbach, das ist natürlich das Thema dieser Ausgabe mal wieder Es gibt mal wieder einen weiteren Schritt Das ist mal wieder passiert Ja, geht mal wieder vorwärts Wobei natürlich fleißige DHV-News-Zuschauer Das schon ahnen konnten Weil genau das, was ich hier letzte Woche als Lieblingsspekulation sozusagen kundgetan habe Oder als wahrscheinlichste Variante Ist genau so gekommen Es geht ja darum im Hintergrund, dass Karl Lauterbach den Entwurf, den Kabinettsentwurf sozusagen Der Eckpunkte an die EU-Kommission geschickt hat Ob das alles so mit EU-Recht vereinbar ist Aber es war noch kein Gesetzentwurf Und das wäre eigentlich das normale Verfahren Normenkontrollverfahren Heißt das dann Ein Notifizierungsverfahren So heißt es Bei der EU Das ist ein offizielles Verfahren mit Fristen Bis zu sechs Monate kann die EU-Kommission sich dann Zeit lassen Um das alles irgendwie zu klären und zu beantworten und so Und jetzt hat er das einfach mal vorher schon mal probiert Und die EU-Kommission hat jetzt gesagt Wie ich letzte Woche angekündigt habe Offensichtlich, dass sie da jetzt keine Stellung zu nehmen Dass das kein offizielles Verfahren ist Dass das kein Gesetzentwurf ist Insofern gibt es auch keine Grundlage überhaupt für irgendeinen Vorgang sozusagen Aber es gibt informelle Gespräche Und ich habe mir auch gesagt Wenn es noch nicht mal irgendwie eine richtige Antwort gibt sozusagen In der Richtung Sondern informelle Absage oder informelle Ansage Wir brauchen einen Gesetzentwurf Ja, dann ist Lauterbach derjenige, der verkunden muss Okay, wir haben keine Antwort Ja, und das ist die Antwort Das werden wir jetzt nicht kriegen Sondern wir haben den Gesetzentwurf haben wollen Und er hat ja vorher gesagt Wenn jetzt ein Nein aus der EU kommt Dann macht er das nicht Dann legt er keinen Gesetzentwurf vor Und dann ist die Legalisierung erst mal so als Ziel für ihn erledigt Ja, kann mal gucken Ob man noch an Resten zusammenkratzen kann Vielleicht Entkriminalisierung Hat er jetzt nicht von geredet Ja, aber auf jeden Fall Das große Ding ist für ihn dann rum Wenn die EU-Kommission jetzt Nein sagt So, und jetzt hat er aber diese Woche angekündigt Einen Gesetzentwurf vorzulegen Hat von den intensiven Gesprächen mit der EU-Kommission berichtet Ohne in die Details zu gehen Alles geheim und so Wie wir, wenn wir uns mit Politikern treffen Sag mal, auch nicht erst mal irgendwie Von vorne bis hinten Jedes Wort, was da gesprochen worden ist Insofern ist natürlich jetzt die Frage Wie viele dann auch gesagt haben Ja, war das jetzt irgendwie Unsinn War das sinnlos vertane Zeit Blödsinnige Verzögerung Oder war das vielleicht sogar sinnvoll Das Ganze, ja Das kann man sicherlich so oder so sehen Teil der Antwort ist ja Das jetzt im Prinzip rauskommt Wir brauchen gute Argumente Um die EU-Kommission von dieser ganzen Geschichte zu überzeugen Das ist an mehreren Stellen gefallen Das hört man überall sozusagen Ja, und das ist auch der Grund Warum Lauterbach sagt Er will jetzt ein Gutachten in Auftrag geben Warum eine Regulierung des Marktes Besser ist für den Jugendschutz Und Verbraucherschutz Gesundheitsschutz der Bevölkerung Als eben das Verbot Das hat er irgendwann erzählt Von europäischen Wissenschaftlern Die sich damit schon ewig befassen Ja, die er beauftragen will Um das dann im Prinzip der EU-Kommission Noch mal vorzulegen Ja, dass das eben eine bessere Regelung ist Im Sinne der Ziele Der Drogenvereinbarung der EU Nämlich Gesundheitsschutz und so weiter Jetzt kann man natürlich sagen Er hat keinerlei Antwort gucken lassen Von wegen wie die EU-Kommission reagiert Jetzt könnte man sagen Die ist trotzdem komplett dagegen Ja, hat er nur nicht gesagt so Weil einfach noch kein offizielles Verfahren ist Aber wenn er jetzt aber doch berichtet Oder ich auch aus anderen Gesprächen gehört habe Ja, diese von wegen Die sind sehr skeptisch Die müssen wir jetzt überzeugen und so weiter Dann heißt das aber auch Dass sie letztendlich sich darauf einlassen Auf diesen Interpretationsansatz von Lauterbach Wo eigentlich in diesen Verträgen drin steht Ja, da unerlaubte Anbau und so weiter Jetzt als verboten Ja, das geht nicht Mit dem Cannabis legalisieren Aber im Sinne der Ziele Der ursprünglichen eigentlichen Ziel Und des Zwecks dieser Vereinbarungen Ist Gesundheitsschutz und so weiter Ist unsere Regelung besser Ja, und wenn die jetzt nicht sagen Ja, das kann ja sein, dass das besser ist Das ist aber vollkommen egal Weil in den Verträgen steht drin Ihr dürft das nicht Na, dann hätten sie einfach sagen können Egal Und wir hätten auch nicht sagen können Ihr müsst uns davon überzeugen Dass das eine bessere Regelung ist Wenn sie gesagt haben Geht sowieso am Ende nicht Ja, also Wenn die wirklich sagen Okay, bringt uns Argumente Liefert uns Argumente Dass das eine bessere Regelung ist Dann lassen die sich ein Auf diesen Interpretationsansatz Und das ist erstmal eine gute Nachricht Und da könnte man vielleicht auch sagen Das war vielleicht gar nicht so blöd Eine von den zwei großen Hürden Die das Ganze im Prinzip hat Die Legalisierung Nämlich EU-Kommission und Bundesrat Schon mal zu adressieren Schon mal ein bisschen anzupeaken Schon mal zu gucken In welche Richtung das geht Und wie man damit eventuell umgehen kann Ist eine Strategie Die man wählen könnte Ja, ich habe gesagt Ich hätte das jetzt nicht so gemacht Ja, ich hätte erstmal Den Gesetzentwurf fertig gemacht Aber das Ist auf jeden Fall Jetzt kein Desaster geworden Würde ich jetzt mal so sagen Und das erste Signal Das jetzt weitermachen Ist nicht verkehrt Die EU-Kommission hätte Wenn sie gewollt hätte Ihn auch komplett stoppen können Und sagen können Ey, das wird nichts Das werden wir niemals Irgendwie durchlassen Ja, dann macht das nicht Und naja, Lauterbach Hat ja vorher schon gesagt Er macht das nicht Ja, also sie haben ihn nicht gestoppt So, da muss man eben Auch mal so sagen War jetzt eine unnötige Verzögerung Oder eine blöde Also unangenehme Oder schädliche Verzögerung Jeder Tag Verzögerung Ist natürlich schädlich Wo weiter kann Abes Konsumenten Kriminalisiert werden 500 jeden Tag Neue Strafverfahren Ja, das ist natürlich Jeder Tag schädlich Aber gefährdet die Verzögerung Am Ende auch den ganzen Prozess Weil ja irgendwann Auch die nächsten Wahlen kommen Ja Da müsste man jetzt sagen Okay, das ist jetzt Im Prinzip geklärt mit der EU Das hat jetzt einen Monat gedauert In der Zeit Hätte ja im Ministerium Weitergearbeitet werden können Und Lauterbach hatte angesagt Dass er Ende des Jahres Den Gesetzentwurf vorlegt Und sie konnten weiterarbeiten Während die EU-Kommission Da ein bisschen drauf rumgekaut hat Also warum legt er jetzt Nicht Ende des Jahres Den Gesetzentwurf vor Nein, er sagt Er macht das Ende des ersten Quartals Des kommenden Jahres Ende Quartal 1 2023 Was auf Ende März Rausläuft Ja, drei Monate Verzögerung Die jetzt auf einmal so Aus dem Hut zaubert Ja und ansagt Die mit der EU-Kommission Überhaupt nichts zu tun haben Weil das jetzt erledigt ist Ja, das war nur ein Monat Und die konnten weiterarbeiten Ja in der Zeit Lauterbach hat irgendwann Erzählt, würde er nicht machen Ja, vielleicht hat er Sein Ministerium Auch ausgebremst Ein Monat lang Aber kein Grund Für drei Monate Verzögerung Da gibt keine Vernünftige Begründung dafür Wieso jetzt auf einmal Ende März Ja und Okay, drei Monate Mehr Konsumentenverfolgung Ja, sinnlose Strafverfolgung Harmloser Leute Aber drei Monate Wären ja noch verkraftbar Ja, was den ganzen Prozess angeht Um das überhaupt noch Zu Ende zu kriegen In dieser Legislatur Es kommt aber noch schlimmer Jetzt zeigen wir euch mal einen Ausschnitt Wenn alles gut läuft Könnte man dann Mit einem Gesetzesentwurf In der zweiten Hälfte des Jahres Schon Den Bundestag konfrontieren So, also halbes Jahr Verzögerung Dann nach dem Kabinettsentwurf Ja, denn er dem Kabinett Also Bundeskanzler Scholz Und seine ganzen Minister Das ist das Kabinett Ja, die Spitze der Regierung Die kriegen das vorgelegt Und wenn die sagen Jawohl, das ist jetzt unser Entwurf Dann soll das Ganze an Brüssel gehen Und jetzt fragt man sich Warum nicht gleichzeitig Auch in die Beratung im Bundestag Die einzige vernünftige Erklärung Wieso er sagt Ein halbes Jahr später Den Bundestag damit konfrontieren Ist, dass er den ganzen Prozess Mit dem Notifizierungsverfahren Der Europäischen Union Abwarten will Bevor er das Ganze Ins Parlament reingibt Jetzt wäre es viel sinnvoller Das so vorzumachen Ja, und dann vielleicht Noch ein paar Änderungen vorzunehmen Am Ende der parlamentarischen Beratung Die die EU vielleicht dann reinwirft Ja, dass man das offen hält Verabschieden kann man sich ja nicht Innerhalb dieses Verfahrens Aber da hat man dann am Ende Noch mal anpasst Und man hat über wesentlichen Grundzüge dann schon mal Bis dahin diskutiert Und dann ein halbes Jahr später In den Bundesrat zu gehen damit Ja, nach dem Beschluss Des Bundestages Das wäre viel sinnvoller Irgendwie für mich Und tatsächlich Haben wir eine Spracherkennungssoftware Mal drüber laufen Oder die Spracherkennungssoftware Von YouTube Ja, wo das ganze Video Aufgezeichnet ist Von der Pressekonferenz Die hat da Bundesrat erkannt Ja, wo der angeblich Wo sagt Laut Spracherkennung Dass man im halben Jahr Den Bundesrat Damit konfrontieren kann Also hört nochmal genau hin Nochmal der Ausschnitt Den Bundestag konfrontieren Bundestag Bundestag konfrontieren Ja, also er faselt da ein bisschen rum Irgendwie schwer zu verstehen Aber ich denke Fürchte, er hat doch Bundestag gesagt Ja, wie das auch Medien Verstanden haben Und so Er meint den Bundestag Das würde ich dann jetzt mal so annehmen Zumal er auch nicht Widersprochen hat Irgendwie diesen Berichten Dass das eben so lange dauern soll Jetzt stellt sich natürlich die Frage Darf das erst nach einem halben Jahr losgehen Darf das Gesetz dann erst In den Bundestag rein Ins Parlament Nachdem dieses Notifizierungsverfahren Gelaufen ist Da gibt es eine schöne Übersichtseite Der EU-Kommission Wo das auch schön auf Deutsch Kurz erklärt wird Was überhaupt dieses Notifizierungsverfahren ist Ich habe jetzt nicht komplett Das ganze klein gedruckt Aus dem Vertrag gelesen Aber das, was da steht Demnach Gibt es eine Stillhaltefrist Während dieses Notifizierungsverfahren läuft Das sagt aber nur Dass der Mitgliedstaat In der Zeit Die entsprechende Vorschrift Nicht annehmen kann Also das heißt Deutschland darf das nicht verabschieden In der Zeit Wo das Notifizierungsverfahren läuft Aber das heißt nicht Dass es nicht beraten werden kann Ja, also insofern Es spricht eigentlich nichts dagegen Dass die Bundestagsabgeordneten Sich das Werk dann schon mal vornehmen Ja Und dann schon mal ankreuzen Wo sie überall irgendwie Probleme mithaben Was sie gerne alles geändert hätten Und so weiter Ein Änderungskatalog Schon mal aufschreiben Ja Und bevor man das dann Am Ende abstimmt Und finalisiert Kann man immer nochmal gucken Ob das am Ende Auch mit der Antwort der EU Dann irgendwie kompatibel ist Also das würde gehen Ja Gleichzeitig im Bundestag Und dann stellt sich natürlich Auch die Frage Ob der Bundestag Das dann nicht einfach an sich nimmt Sozusagen Ja Weil bekannt ist der Entwurf ja dann Der ist dann im Gesetz Im Kabinett verabschiedet worden Das ist dann eben Der Kabinettsentwurf Ja Und dann sitzen die Bundestagsabgeordneten Und da ein halbes Jahr rum Ja Und dann kennen den Entwurf Und sollen da nicht drüber reden Ja Das ist aber die Frage Ob sie das mitmachen irgendwie Ob sie nicht dann trotzdem Anfangen zu beraten Meiner Meinung nach Wäre das absolut sinnvoll Die Frage ist natürlich dann aber trotzdem Wenn jetzt die EU Den Kabinettsentwurf Begutachtet Und sagt Okay der geht Ja Und dann ändert aber der Bundestag Nochmal alles mögliche daran Muss das nicht dann nochmal In den ganzen Prozess Und von vorne anfangen Das ganze Notifizierungsverfahren Und tatsächlich Die Seite die ich gerade genannt habe Da steht Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet Den Entwurf erneut zu notifizieren Mit einer neuen Stillhaltefrist Wenn an dem Entwurf Wesentliche Änderungen vorgenommen werden Wie beispielsweise Eine Vorverlegung Des ursprünglichen Zeitpunkts Für die Anwendung Oder eine Erweiterung Des Anwendungsbereichs Das ist also natürlich Schon eine schwierige Frage Ja Wenn der Bundestag Jetzt den Kabinettsentwurf An allen möglichen Ecken Und ändert Welche Änderungen Sind dann so Wesentlich Dass man das Ganze Nochmal vorlegen muss Und nochmal ein halbes Jahr Abwarten muss Ob das jetzt nun Für die EU-Kommission In Ordnung ist oder nicht Und wieder ein halbes Jahr Verzögerung drin hat Das könnte theoretisch passieren Ja Je nachdem Was man da ändert Aber Ich erinnere nochmal An mein Interview Auch mit Carmen Begge Wo wir diese Frage Auch hatten Ja Und Carmen Begge Sagt Okay Was soll denn da passieren Selbst die großen Sachen Die wir da ändern wollen Wenn die EU einmal sagt Grundsätzlich geht das Mit der Legalisierung Mit dem legalen Verkauf Und regulierten Fachgeschäften Und so weiter Was soll denn dann noch passieren Ja Es geht ja nur um Diese eine grundsätzliche Frage Wenn man jetzt die Cannabis Social Clubs Zum Beispiel noch einfügt Die ja im Entwurf der Regierung Bisher nicht drin sind In Eckpunkten Ja Noch ist es ja kein Gesetzentwurf Da steht nichts von Anbauclubs Wenn man die jetzt noch mit reinnimmt Cannabis Social Clubs Die sind ja vollkommen in Ordnung Ja Das hat die EU da nichts gegen Das ist in Malta ja auch so Da hat die EU bei Malta nicht gemeckert Da wird da jetzt per Gesetz Legale Anbauclubs geben Also kann man das auch in Deutschland machen Ja Da müssen wir schon ganz schön viel Irgendwie hart dran rumschrauben Dass das nochmal Notifizierungsverfahren braucht Eher unwahrscheinlich Und man kann natürlich dann auch ein bisschen Nach der ersten Reaktion der EU gucken Haben die irgendwelche Vorgaben nochmal Die wir beachten müssen Im parlamentarischen Verfahren Also ich denke das wird gehen Ja vielleicht lässt sich da Lauterbach nochmal erweichen Überzeugen Wie auch immer Nachdem der Entwurf fertig ist Den sofort auch in den Bundestag zu geben Nur mit der Vorgabe Bundestag darf halt noch nicht verabschieden Bis das halt ein Notifizierungsverfahren Zu Ende ist So Das ist jetzt erstmal Stand der Dinge Und man kann auch wieder nur appellieren Ja Mach flott Ja Nicht erst Ende März möglichst Ja Wenn das schafft Dann macht das halt Meinetwegen Ende Januar Sobald ihr so weit seid Ja Und nicht irgendwie jetzt nochmal Irgendwie ewig verzögern Je schneller desto besser Und Vorzeitig entkriminalisieren Wäre natürlich auch nicht blöd Ja Je mehr sich abzeichnet Das Ganze dauert noch ewig Desto sinnvoller wäre es auch jetzt noch Mal eben zu sagen Okay Konsumenten sollen in Ruhe gelassen werden Mit ein paar Gramm Soll legal sein Soll die Polizei nicht beschlagnahmen Soll die Polizei Leute mit in Ruhe lassen Einsatz Ohne irgendwie Beteiligung vom Bundesrat Von EU-Kommission Kann man einfach machen Vielleicht auch noch mit ein paar Pflanzen dabei Kann man sich dann überlegen Ja Wäre natürlich auch gut Aber Die geringe Menge ist überhaupt gar kein Problem So Noch ein Hinweis zu den GBA Vorschlägen Gemeinsamer Bundesausschuss Wo man kein Mensch weiß Was ist das überhaupt Irgendwie so ein Gremium von Gesetzlichen Krankenversicherungen Und Ärzte Verbänden Die darüber entscheiden Welche Medikamente In der Gesetzlichen Krankenkasse Verschreibbar sind Und zu erstatten sind Und Die sollen Die sollen eben Jetzt auch Vorschläge machen Wie das mit Cannabis Als Medizin Weitergehen soll Nachdem jetzt diese Auswertung Die wissenschaftliche Auswertung Begleiterhebung Von Daten Fertig ist Nach vier Jahren Seit das Gesetz In Kraft ist Und auf der Grundlage Sollen die jetzt eben sagen Bei welchen Krankheiten Unter welchen Umständen Und so weiter Soll denn zukünftig Cannabis von der Krankenkasse Erstattet werden Und da sind jetzt Ein paar Vorschläge dabei Die wirklich Schwierig sind Die die ganze Situation Eher verschlechtern Als verbessern Und Das Ganze ist immer noch Ein Anhörungsverfahren Da haben aber jetzt Einige Verbände Die auch da direkt Gefragt worden sind Die da mehr mit zu tun haben Auch wirtschaftlich gesehen Und so weiter Zusammen eine Stellungnahme Abgegeben Oder auch Patientenvereinigungen Und die ACM Der Branchenverband BVCW ACM Und SCM Sind dabei Aber noch diverse andere Die gemeinsame Stellungnahme Gebracht haben Jetzt diese Woche Die befürchten eben Tatsächlich erhebliche Verschlechterungen Bei der Versorgung Mit Cannabis Als Medizin Das betrifft Zwei Bereiche Im Wesentlichen Das sind die wichtigsten Aus meiner Sicht Die Blüten Sollen nur noch Nach besonderer Begründung Verschreibbar sein Also Tendenz Soll eher gehen Richtung Extrakte Pillen, Pulver Tabletten Und so weiter Bloß keine Blüten Möglichst Und Die Hausärzte Sollen rausgedrängt Werden aus dem Geschäft Und Fachleute Sollen Cannabis Verschreiben Möglichst in Zukunft Ist auf jeden Fall Einer der Vorschläge Die am Tisch liegen Ja Das ist wie gesagt Noch weitem Keine klare Sache Aber Das könnte passieren Das droht jetzt zu passieren Und Die Verbände Hilft Hilft den Patienten Und hat weniger Nebenwirkungen Als alle möglichen Anderen Medikamente Sollen die Machen dürfen Sollen die Krankenkasse Bezahlen Fertig Das wäre im Prinzip Unsere Meinung dazu Und Was hier jetzt Droht Ist ein Rückschritt Der so nicht geht Am Ende wird das Gesundheitsministerium Darüber entscheiden Über diese Vorschläge Von diesem GBA Gemeinsamen Bundesausschuss Und ich hoffe Spätestens da Werden diese Sachen Gestoppt Wenn die nicht Nach diesem Anhörungsverfahren Jetzt von sich aus Schon sagen Okay Diese harte Variante Würdet er nicht Noch eine Schöne Nachricht Zum Schluss In den Eckpunkten Der Regierung Die ich jetzt schon Mehrfach ja Erwähnt habe Steht ja auch drin Dass die Bundesländer Ihre Möglichkeiten Ausschöpfen sollen Mit über die geringe Menge Verordnung Paragraph 31a BTMG Einstellung der Verfahren wegen geringer Mengen Ihre Möglichkeiten Ausreizen sollen Weil ja eben die Schnelle Entkriminalisierung Vom Bund nicht kommt Was viel sinnvoller wäre Ja irgendwie das da zu machen Aber die Bundesregierung Sagt hat Wir machen das alles In einem Aufwasch In einem Guss Und Das heißt Die Kriminalisierung Geht weiter Hunderttausende Strafverfahren werden Noch ins Land gehen Gegen Cannabiskonsumenten Ohne Händler Ja 180.000 Strafverfahren Im Jahr hatten wir Jetzt ein paar Jahre Wegen konsumbezogener Cannabis Delikte Und das geht jetzt Einmal so weiter Und in den Eckpunkten Steht Die Bundesländer Sollen auch die ganzen Verfahren einstellen Möglichst Ja Wir hatten vor der Sommerpause auch schon Briefe geschrieben An alle Landesjustizminister Dass sie genau das tun sollen Ja Also ihre Möglichkeiten Ausschöpfen Die Menge anheben Alle Verfahren einstellen Egal ob Wiederholungstäter Oder nicht Das war erstmal erfolglos Ja Die haben alle abgelehnt Aber dann Kam Niedersachsen Nach der Wahl Neuer Koalitionsvertrag Und da steht jetzt auch drin Sie wollen genau das tun Geringe Menge Verordnungen ändern Wird jetzt Zeit Das sind angehen Ja Haben wir auch schon Briefing geschrieben Wann geht es los Ja Unsere Vorschläge sind Die und die Mal gucken Ich hoffe es geht schnell Auf jeden Fall Tut sich da jetzt was Das erste Bundesland Hat entschieden Das tun zu wollen Und jetzt Mecklenburg-Vorpommern Stellen die Grünen Eben auch so einen Antrag Und sagen Die geringe Menge Soll auf 20 Gramm Angehoben werden Analog eben zu den Eckpunkten der Regierung Wo er ja jetzt Im Moment drin steht 20 bis 30 Gramm Soll eine höchste Besitzmenge In der Öffentlichkeit sein Cannabis haben sie noch nicht Entschiedet Ob 20 oder 30 Und die sagen ja gut 20 also mindestens Ja dann lass doch Ein Meckpomp Schon mal so weit gehen Bis 20 Gramm Die ganzen Verfahren einstellen Wenn wir sie schon eröffnen müssen Schwachsinnigerweise Ja Da kommen sie nicht drum rum Aber alle einstellen Und auch in Wiederholungsfällen Guter Antrag der Grünen In Meckpomp Sauber formuliert Wir möchten Empfehlen Alle reformorientierten Landespolitiker Mitarbeiter Und so weiter MDLs Mitglieder der Landtage Guckt euch das Ding mal an Diesen Antrag der Grünen In Meckpomp Macht es nach Ja Möglichst Rigorose Einstellungspraxis Bis Lauterbach Mal fertig jetzt Mit seinem Legalisierungsgesetz Ihr müsst nicht ewig warten Ihr könnt handeln Ja Das ist die Message Die da aus Meckpomp kommt Und es ist auch schade Eigentlich Dass das da von den Grünen In Oppositionen Überhaupt kommen muss Denn Meckpomp Mecklenburg Meckpomp Und gucken was einstellt Oder nicht Geht gar nicht klar Meckpomp In Freiburg Das gleiche in Traunstein Beim Weihnachtsmarkt Und dann haben wir noch Und dann haben wir noch ein Treffen Das gleiche in Traunstein Und dann haben wir noch einstellt